Herzlich Willkommen in der Tischlerei Bassfeld. Seit 1956 ist unsere Tischlerei bekannt für Qualitätsarbeit, Beständigkeit und Kompetenz in der Produktion von Fenstern, Haustüren und dem Innenausbau. Besonderen Wert legen wir auf die individuelle Beratung sowie große Sorgfalt bei der Ausführung der gewünschten Arbeiten. Jeder unserer Kunden hat seinen individuellen Geschmack und unterschiedliche Bedürfnisse. Des Weiteren hat jedes Haus andere bauliche Gegebenheiten, an die wir uns durch unsere Maßanfertigung flexibel anpassen. Um eine qualitativ hochwertige und effiziente Fertigung garantieren zu können, wurde die gesamte Produktion auf CNC-gesteuerte Maschinen umgestellt, was gleichzeitig eine Vergrößerung der Räumlichkeiten mit sich brachte. Seit 2013 begrüßt sie nun die Tischlerei Bassfeld in der Thyssenstraße 122 in Dienstlaken. Wir freuen uns auf Sie!